Musik Ja, war eine etwas andere Begrüßung. Ich hoffe, euch ist sofort aufgefallen. Hugo und ich, wir waren mal gleich ein Friseur. Hallo, ich hoffe, das Video hat euch zu sehr verwirrt. Ich wollte nur mal ein ganz anderes Undrom machen und ich hatte irgendwie Lust. Ja, ich würde ganz gerne einen neuen Tag starten. Und zwar habe ich geguckt bei YouTube, den hat glaube ich so noch keiner. Und das ist eine Sache, die mich wirklich sehr interessiert. Warum ihr alle so verliebt seid in MAC? Es ist wirklich eine Frage, sie lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Und Quatsch. Aber wirklich jeder benutzt MAC und ich meine, es sieht auch sehr schön aus. Aber ich meine, es gibt auch noch so viele andere schöne Marken. Und warum MAC? Und ich möchte einfach nur wissen, was an MAC so besonders ist, was euch da so fasziniert, warum ihr so hingerissen seid. Das ist wichtig. Und ich würde es einfach nur gerne mal erfahren und bin so neugierig. Und vielleicht entgeht mir irgendwas, was ihr alle bereits wisst. Und wenn ich will, es auch wissen. Und es wäre einfach cool. Also macht Videoantworten. Taggt es von mir aus allen euren Abonnenten und Freunden weiter, damit der Tag so schnell wie möglich die Runde macht. Und dass ich endlich meine Antworten bekomme. Okay, bis dann. Tschüss.